willkommen zurück zu front and liberty oder tl oder 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 versucht euch auch so hier ist gerade einer gestorben also wir sollen da hoch es ist nur die frage wo war denn da der aufstieg noch mal ich glaube da muss man einmal außen rumlaufen komplett kommen wir helfen dem mal damit wir auch mal was gedrückt haben wir gehen da hoch ich glaube wir müssen einmal im kreis latschen ich bin mir nicht mehr sicher das war so ein ganz blöder weg habe ich mich hoch gehüpft da an der seite entlang glaube ich das letzte mal jetzt gucken wir mal ganz viele bambis das war nicht dieser blöde weg ich glaube wir müssen einmal komplett außen rumlaufen jetzt müssen wir mal gucken wo wir da am blödsten hochkommen weil ich glaube außenrum konnte man auch nicht hier so das war glaube ich ein höhleneingang ich bin mir halt auch nicht mehr sicher jetzt gehen wir mal ganz kurz noch mal davor vielleicht haben wir auch was zum hochziehen das kann natürlich auch sein nicht dass man jetzt hier sonst wohin latschen und dann ist es eigentlich direkt vor der haustür das machen wir mal luke luke dann 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 so weg mit dir vielleicht kommen wir hier auch irgendwie hoch nee sieht nicht so aus und die versteckte schriftrolle ja es ist halt auch so war denn das jetzt kommen wir hier hoch ist sie auch nicht alles nicht nach haus mal alles anhitten oder okay jetzt gucken wir mal dass wir hier oben irgendwie hoch kommen zwar auch nicht hier wo war denn das die nur mit so auch wenn man es wir haben die spinnenkönigin als als ding gekriegt als zum verstecken halt als umwandlung mehr nicht aber das ist auch erst mal völlig egal aber ich bin echt am überlegen wie man da hoch kommt es ist so ein blödes ding da oben immer gewesen ja gut da kommen wir eh nicht hoch oder vielleicht immer glück können uns da hoch eiern irgendwie ich meine da kann ja nicht mal über und über einen kleinen kleinen huckel springen weil die alpha wand so hoch ist ich sag's euch ich sag's euch es ist aber auch hier irgendwo hoch ich bin der meinung gewesen dass wir hier hoch gegangen sind irgendwo das letzte mal haben uns dann hier hoch geiert irgendwie hier guckt mal hier meine ich doch sage ich doch lange suche kurzer weg da dankeschön das buch hätte ich gerne so Okay, jetzt. Ab ans Buch, bitte. Okay, und jetzt geht das Ding hier oben los. Glück gehabt. So, und ab. Geht's, würde ich gleich sagen. Wo ist meine Maus? Da ist meine Maus. Elaportieren, bitte. Das wäre super. Wartet mal ganz kurz. Kann sogar sein, dass wir uns jetzt den ersten Dungeon zeigen. Ich bin mir aber auch nicht mehr so sicher. Da lang. Ich bin ein bisschen konzentrierter, weil wie gesagt, ich kann den noch nicht so richtig spielen. Na, weil sie mich vorausgeschickt hat. Oh, jemand ist zu viel. Ein Reinforcant ist gekommen. Dann geh, save die Kinder. Richtig. Okay. Be careful. Ich bin sicher, dass es noch ein paar Soldaten gibt. Well, du kannst hinter mir schlafen, wenn du möchtest. Die Kinder müssen deeper in. Immer diese Kinder, wo reinlaufen, wo sie nicht reinlaufen sollen. Gott sei Dank. Aller. 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 Robert, you fool. Rushing in recklessly again with no regard to what's around you. Robert, we're over here. Haha. You're a sight for sore eyes. Now that da Vinci is here, I can take a breath. Müssen wir mich aufpassen. Weil das ist nicht so einfach. Hier drin ist es manchmal ein bisschen knackig. Als Nahkämpfer habe ich mir hier schon alles rangezogen. Dann stand ich auf einmal da. Das wird nachher noch ein bisschen knackiger. Ich kann ruhig mal das ganze Zeug hier essen. Den soll man quatschen. Den soll man quatschen. Ich bin sicher. Ich weiß, dass ich so viel kann, nicht? Running recklessly into the battlefield, you mean? Ist das warum du ihn erst hattest? Weil du Angst hast über mich? Oh, shut up. Es ist mehr als nur ein hideout. Das ist Xerov's secret base. Vielleicht können wir den der hinter dem Kiempferen finden. Entschuldigung, meine late introduction. Ich bin Da Vinci Aron, Leader der Lastlin-Allied-Resistanz-Force. Okay. Da bewegt er einfach den Mund. Bodenlos. Das ist doch super. Hat er irgendwas geredet und wir haben es noch nicht gesehen. So. So ein erster kleiner Dungeon, in Anführungsstrichle. Das ist doch super. A. Kommt was ab um. Geh erster Lin-Allem. Oder? Vielleicht? G시랄? någon losregeant. K. 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 M. K. 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 Oh, das war der falschen Knopf, den Julio. Es ist halt immer noch so krass, ne? Wir sind hier so viele und wir haben trotzdem die Agro. So, erstmal die Kinder befreien. Die Kinder sind sicher! Das ist nicht vorbei. Wir müssen Zeroth finden. Wir haben alle Kinder, aber es ist noch nicht vorbei. Es waren alle Soldaten des Unternehmens. Der Kommandant, Zeroth, muss hier irgendwo sein. Ich sehe. Sofia, lasse mit den Kindern. Du, folgst mir. Okay. Na klar. Äh, aber bevor wir das jetzt machen. Neue Fähigkeiten haben wir nicht gekriegt. Ne, das hätte uns auch, ähm, mich auch gewundert, so. Und wir gehen da weiter. So. So. And now. So. I'm just going to shoot you. I'm just going to die. Ich nehme deine Hände! Crush them! Ich werde dich weg! Es gibt keinen Ort für dich mit Lasslan. Das ist die einzige Ort für diejenigen, die mit den Willen von Kazaar verraten. Jetzt haben wir ihn noch gleich, oder? Juhu, versuchte anscheinend. Und wer geht so? Hm? Okay. Na klar, kein Ding. Wir können Zeroth rausnehmen und retten die Kinder, dankbar zu dir. Aber auch mit Zeroth's Tod, Kazar wird niemals auf Lasslin geben. Die Archeum Legion wird wieder zurück. Viele haben sich unter der Ressistenz' Banner um die Archeum zu kämpfen. Die Archeum ist nicht so, dass sie sich nicht mehr über die Archeum zu kämpfen. Die Archeum ist nicht so, dass sie sich nicht mehr über die Archeum zu kämpfen. Und auch sehr stolz. Die Archeum ist schon über die Archeum. Ich habe eine Störbörner über die Kastelton über die Störbörner gekommen. Und hat sich schon immer wieder um die Leute zu finden. Das ist das du? Ich habe gehört, was auf Wisp Island passiert, was 10 Jahre vorhanden ist, und wie du in eine Macht-Frenzie fielst. Viele andere und die Resistenz sind auch wegen dieser Macht, sowohl von ihren Seiten-Effekten als auch von Archeum-Hutten. Aber diese Macht hat auch große Potenzial. Wenn du uns mit uns befreitest, ist es möglich, dass das Potenzial das zu verstehen. Was sagst du? Ich freue mich, dich zu sehen. Alle Menschen aufhören, Davinci. Safia sẽ senden die Kinder sicher in die Stadt. Ich muss zurückgehen. jetzt mein schwer da will ich auch haben nicht deutsche sondern schwer der oberste chef da so wir sollen wir daraus teleportieren dann raus okay das glaube ich muss wieder zu viel zu viel zu zu sofia mein gott ja ja ok entschuldigung also dann soviel nicht ernst ist nur gleich kleiner fleischwunden arm fehlt und so das gut wird right never mind was the arkeum's commander overseeing operations in las thanks to you the region will be safe for a while mhm mhm ich musste sowas ähnliches über mich ergehen lassen mhm 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 beeindruckend mhm 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 angespielt in anfangs strichle im rein theoretisch könnte man auch irgendwann mal wieder hier anschließen und 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 das machen wir irgendwann mal vielleicht jetzt gucken wir einfach mal sehr nettes game macht sehr viel spaß ist free to play also schaut ruhig mal rein weil ihr bezahlt kein geld dafür dann könnt ihr euch das mal ausprobieren ist doch ganz cool so dann hoffe ich dass es euch trotzdem gefallen hat auch wenn es nur so kurz war und ich sehr probleme hatte das ding hier zu lp hin es tut mir wirklich leicht aber es geht halt irgendwo nicht und dann sehen wir uns hoffentlich in den nächsten videos wieder von mir auf dem channel hier auf einem kleinen lp channel bis dahin